So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu PromPump. Das stimmt gar nicht. Was? Stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt. Mit dabei ist heute Morten, der eben gerade schon rumgeschrien hat. Alles Lügen. Ja, das sind die Illuminaten. Dann ist Reacher da. Jo, moin moin. Dann ist, warte mal, Goethe, warte mal nicht hin, ja. Der Luca ist da. Buongiorno. Du mit deinem Buongiorno, wollte ich letztes Mal schon sagen, weil du nennst mich ja auch hier Flavio Briatore. Heißt du nicht so? So ähnlich, so ähnlich. Ich mache auch immer viel Bunga Bunga. Ach, ne, guck mal. Hier, stirb, stirb. Das war's. Dies können wir gehen. Ach, auf mich wird geschossen. Alter, ich habe ein ganzes Magazin auf dich leergepumpt. Ja, der, 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 Picke ist auch da. Oder Soulman? Ne. Ja. Servus. Sag ruhig Soulman, glaube ich. Ich sag Soulman, dann versäuchte ich den Running. Warum sieht man in diesem Mod denn, wer die Gegner sind? Also ich habe eben so ein Overlay bekommen, als ich auf den Prop gezielt habe. Ja, das, das, manchmal, ja, manchmal sieht man das. Geht denn los? Hallo. Ach ja. Domi, Domi, ey, ganz vorzüglich. Ich bin mal wieder ein bisschen einsam. Gebraut! Ja, ich, regelmäßig. Du sollst Hallo sagen. Moin. Ach, sehr schön. Die längste Vorstellungsrunde ever. Ja, längste. Weil du es einfach nicht hinkriegst. Und Hidan ist auch da. Hallo, Hidan. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind mehr als ever. Von daher. Ja, stimmt. Wir sind acht, wir sind acht Leute. Acht statt sieben. More than ever. Wenn jetzt noch einer dazukommt, habe ich keinen Platz mehr auf dem Server. Da muss ich ein neues Notzen zu buchen. Und das, Domi, ey, Domi, du bist der Kind. Riechendes Geld. Da muss der Florian nachher erstmal richtig schön auf den Strich finden. Also, Domi, ich muss ja schon mal sagen, das waren mindestens mal Balls of Wood. Ja, ne? Wer hat denn vorhin die ganze Zeit das Büro durchsucht, die Flaschen zerdeppert? Jeder. Ich. Nee, irgendjemand in das Reinkommen hat Fein selber nicht jede einzelne Flasche im Büro zerschmissen. Ja, ich. Du bist mindestens 50 Mal an mir vorbeigelaufen. Was war's denn? Passiert. Was ich war? Ich war so ein Hula-Ding. Keine Ahnung, so eine Figur. Ach, so eine Figur, ja. So eine hawaiianische Hula-Hoop-Figur? Ja, ich konnte auch nicht wegrennen, weil ich zwischen zwei Tischen eingeklemmt war. Oh, ich hab ein richtig geiles Versteck jetzt. Ich muss es nur noch finden. Scheiße, ich find kein Versteck. Hilfe. Hier entdeckt mich bestimmt keiner. Nee, hier entdeckt mich keiner. Nein! Die sind halt echt scheiße, weil man lieber hinterherkommt. Nein! Wo war er denn? Ich war so eine Farbdose im Regal versteckt. Hab ich Mike vorgestellt? Nein, hast du nicht. Hallo, Mike. Trotzdem hallo. Du bist ein schlechter Host, ey. Sonst soll jemand vergessen. Ja, Mike war vor den zwei Wochen nicht da, deswegen hab ich, naja. Sorry, klar. Mike bekommt eine ganz besondere Vorstellung. Ich bin vollkommen überfordert gerade, aber alles okay. Du musst erstmal nur deinen Namen sagen. Ja. Hallo, ich bin Mike. Boah, ich muss jetzt zugeben, ich fühle mich glücklich. Mama, mein Gehirn ist nicht gut. Ich fühle mich fast schlecht dabei, auf diesen Babypuppen rumzutrampeln. Aber nur fast. Ja, fast. Ja, wir haben... Das ist halt so ein gutes Versteck vielleicht. Wo schießt man? Fuck. Wer ist denn das hier eigentlich? Warte mal, wer läuft da vor mir rum? Ach, der Piki läuft da vor mir rum. Ja, wer hat sich denn da so intelligent hingestellt? Ach, der Hungerhaken. Ganz in die Natur eingelassen. So ein bisschen wie der Darius letztens mit der Küche. Warum nicht tot? Hiding in plain sight ist das. Hey, wer hat mich geslayed? Ups. Wie Ups? Ups. 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 Scheiße. Ich wollte dich slappen und mich slayen. Aber wenn du den jetzt nicht siehst, ne? Scheiße. Ja, schönen Abend noch, ne? Ernst? Das tut mir leid. Ähm. Da geht der wieder. Das gibt's doch gar nicht. Verrat mich doch nicht. Ja, sicher. Drück mal F3, Mike. Was passiert dann? Aua. Tu es. Warum? Das wollte ich eigentlich. Das wollte ich eigentlich. Sag mal, warum seid ihr eigentlich alle in einem Raum? Was war da? Es ist schön, dass der Mike in einem ganz anderen Raum. Sag mal, hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man das nicht sieht, ne? Wer schießt denn da? Was war da denn? Ja, so ne... Was ist das hier? Was ist das mit der Öffnung zu anderen Waschmaschinen? Ich war da von der anderen Waschmaschine raus und in die andere rein. Ach du Scheiße. Ist das Super Mario Level oder was? Nein, das ist von Zelda. Achso, ah. Kann ich dich jetzt nicht bewegen? Achso, jetzt geht's. Ne. Doch nicht. Warte mal. Das hatte ich auch vorhin. Kann ich nur als Kamera rumfliegen. Dann bist du es wieder dabei. Ich bin aber im Team Handos, deswegen wundert es mich. Ja, du bist... Aber dadurch, dass der Picke als allererstes reinkam, spielt er jetzt quasi eine Runde Solo, weil... Achso. Ja, nee, dann startet er neu. Ja, oder er bringt sich eben schnell um. Ja, gut. Ich kann auch einfach warten, bis Dominik, äh, bis Mike, wie er da ist. Ne. Dominik. Oh, nur was, worauf ich schießen kann. Meistens... Hindert den Leuten. Der läuft hinter dir. Hindert der. Der ist jetzt ne Vase. Doch. Der ist ne Vase. Ach, da ist noch jemand. Ich hab gedacht, ich bin wirklich alleine. Wieso kannst du dich denn bewegen? Ich konnte mich gerade überhaupt nicht bewegen. Props können sich bewegen. Achso. Props. Props. Props auch, ja. Picke, du weißt schon, was du... Es sei denn, man ist ein sehr großes Prop, dann kann man sich nicht bewegen. Echt nicht? Mhm. Ah, dann kann das sagen, dass sich deswegen... Da läuft ein Herz. Also ne Vase zum Beispiel kann sich nicht bewegen. Ja. Geil. Bin ich jetzt? Ja, ich bin wieder Hunter. Sollten das aber gleich... Ich find's besser, wenn's drei Hunter und vier Props sind, oder? So von der Relation. Wenn der nur noch reinkommt, sind's doch vier, vier. Ach ja, stimmt, wir waren ja acht. Ja, also man kann kein Baum sein, stell ich mal fest. Oh. Nee. Also man kann die Intelligenz eines Baumes besitzen, aber... Kennst du dich mit aus, ne? Oh, noch sieben Sekunden. Sehr gut sogar. Aber ja, eben bei der Baumschule. Ja. In der Höhle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So. Verdammt. Kakariko. Ich hätt's nicht gemerkt. Huch. Teleporter? Das ist ein Teleporter. Wow. Anscheinend. Pass. Wo ist ein Teleporter? Diese leuchtenden Felder auf dem Boden. Ja, warum liegt denn hier Strom? Ja, wir machen uns die Maske an. Aber man kann sich nicht umgucken, ne? Das hab ich richtig begreift. Als Prop mit der Maus kannst du dich umgucken. Aber du bewegst dich halt dabei. Achso, ja, ja, mein ich ja. Ja, das macht ja aber auch nur so Sinn, finde ich. Nein. Nein. Höhren sind aber tatsächlich nicht... Doch, es ist ja langweilig, wenn man sich... Ich guck mich auch die ganze Zeit um, wenn ich Prop bin. Ich will den Zuschauern ja auch was bieten. Hä? Du wirst nicht wissen, wie ich... Ohohoho! Hörst du? Hab ich erwischt? Nein. Da oben auf dem Dach ist irgendwo ein Herz versteckt, wo du gerade stehst. Hinter den Kisten irgendwo, da wo die Einschlusslächer sind. Einschlusslächer? Ohohohoho, fuck! Ohohoho! Uns letzte Versteck ist zu gut. Da rollt ne Bombe? Ja, neben der Hände ist keiner. Das ist ja G-Mine, ey. Bist du das, oder bist du da drin? Was? Bist du das, oder bist du da drin? Macht mal Sounds. Was ist, was, wie gehen Sounds? F3. Äh, F3. Oh, okay. Immer schön F3 triggern. Jetzt kann ich nur noch Props besichtigen. Naja. Ah! Verdammt. Ach, du bist vor allem das Ganze. Ich dachte, du wärst vielleicht nur der obere oder untere Teil. Ganz unaufhängig. Was war er denn? Was war er denn? Ne Hecke. Ne Hecke? Ja, aber mitten auf ner Wiese. So ein, so ein Heckenabschnitt. So ein Heckenpenner, ey. Boah, was kann man denn hier sein, ey? Alles mögliche. Was du willst. Gar nicht wahr. Was du willst. Das ist das, was... Oh, jetzt leckt es gerade bei mir. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Ne, ist normal. Wir sind gerade blind. Nein, ich weiß nicht, wie du mal rein wolltest. Ne, warte mal. Achso, doch. Hier dann wär eigentlich Prop gewesen, ja. Wenn's bei dir schwarz ist und es leckt, dann dürftest du draus geflogen sein, ja. Warte mal, ich guck erstmal nach. Also, das Spiel ist noch da. In Vordergrund. Aber irgendwie ist das nur ganz klein da und ich krieg's nicht mehr groß. Dann vielleicht haben wir Neustarten. Maximier, passiert auch nichts. Ich find das gut, dass jetzt diese Auto-Switch-Funktion an ist, obwohl ich sie nicht mal... Ich hab keine Option gefunden, sie an- oder auszuschalten, aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Da hat Dominik ja letztes Mal noch gesagt. Nimmst du noch weiter auf, Dominik, oder? Ja, natürlich. Ah, okay. Ich dachte gerade, er wäre nicht da. Ging der? Da ist hinten gerade einer durchs Tor durchgelaufen. Ich glaube, derjenige, der da hinten durchs Tor durchgelaufen ist, sollte vielleicht einmal zurücklaufen. Was muss ich jetzt wieder Props nehmen, ja? Ah! Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Scheiße! Oh. Ja, Wanta, wie war das nochmal? Man kann Sachen aufheben. Oh, kalt, ganz kalt. Ja. Geil! Jetzt gibt's die drei Fragezeichen auf Spotify. Sorry. Nee, aber nur so beschissene Neue. Ah, okay. Wirklich uncool. Ähm, mit... Man kann Sachen aufheben mit E, wenn das die Frage war. Okay. Als Hunter. Und die Hunter haben gewonnen. Mensch, schau. Okay. Ja, ich bin ja rausgeflogen durch dich, Flo. Stimmt. Eindeutig durch mich. Ja, du hast das eigenes Team supportiert. Verdammt.